frohe weihnachten euch allen willkommen zu random shit mit yogi bär ho 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 und frohe weihnachten wir spielen long live santa ein battle royale spiel wo alle weihnachtsmänner sind und wir prügeln uns jetzt hier als weihnachtsmänner also man sieht auch hier oben ist der weihnachtsmann gestorben schon also in seinem schlitten abgestürzt steht der hat ein gewehr hier gibt es auch rudolf und was weiß ich alles steuerung ist etwas hakelig ja sagen ja aber es ist ultra süß gemacht es ist sehr sehr gut gemacht er hat die waffe gibt sie irgendwann auch drops oder so hier trocken überall dauernd dinge also was heißt dauernd aber da wo die wo die beispielsweise jetzt hier hinten da wo der hinter der krieren angriff a die geschenke alles klar und wenn was drin ist das kannst du mit f aufnehmen also zumindest die sachen die ich bis jetzt gesehen habe okay es gibt ja anscheinend auch so was ich stamina sehr gut zu wissen alles bin ich schon hinterm oder drüben ist ein schenk ja aber geht dann anders hin oder hat ein schwert das wie los geht's los rudolf hilf mir und du kannst auch mit denen rum springen wie geil ist das denn so verdammt wurde auf der muster würde ich sogar fliegen können da ist noch ein rudolf frei auf den rudolf ich habe ich glaube mein rudolf ist kaputt stirb stirb jetzt bin ich tot der wir kämpfen darum werden wer der wahre ist santa sein sein wird jetzt habe ich denn davon ja ja ich kann mich mal von dem ding runter es vielleicht jetzt habe ich oder muss du sollst du nicht dem rudolf im arsch rum kriechen nein ich will die waffe nehmen ich habe die waffe hier vor dir willi hatte ich geschnürt ich finde das ein bisschen schwierig die steuerung ist sie auch also die ist echt kompliziert noch schlimmer ist es auf dem rudolf da machst du nämlich gar nichts mehr mit der maus nur noch mit wst zumindest kam es so vor aber los wollen wir gleich mal team teamen erstmal illegal unterwegs sein weil ich habe nirgendwo agbs oder regeln gesehen dann kommen wir aber auch die liste der bösen leute ich habe übrigens auch im radio das lied gehört kann ich dem ins gesicht boxen während er hier ist es coming to town ja ja und da muss ich ja sagen das ist schon so ein bisschen pervers center klaus is coming to town ist doch nicht pervers ich bin fast tot übrigens mir geht es noch recht gut gut da sind geschenk runtergekommen ich glaube man spielt gar nicht mit der maus kann das sagen ich versuche mit der maus auf jeden fall die ganze zeit zu boxen ich bin mir nicht so sicher ob es klappt ich werde angegriffen von ihrem ich bin tot ich bin auch sicher warum aber ich bin tot also man merkt halt dass das hier sehr primitiv und rudimentär gemacht ist das ist wohl auch bei also irgendein streamer also hat das also oder irgendwer hat das fangenhaft programmiert und im stream kam es gut an deswegen hat das noch ein bisschen optimiert optimiert okay willi die musik ist schon geil ja schön dubstep christmas ja move around jump spring pick up weapon drop weapon attack ja mit linker maus greift mal an ich habe ein schwert ich nicht hilfe ein yogi mit einem schwert stirb stirb anderer center also der hat mich weggeboxt obwohl ich ein schwert hatte greer du hast ein schwert töte ihn räche mich räche mich bringe ihn um ja ich habe ihn abgeschlachtet er hat sich aber auch zwei dreimal erwischt mit der box hand rudolf gegen mich oder ich glaube schon und da hinten kommt noch ein geschenkrunde ja wenn du den crossbow hast du übrigens mit rechter maustaste wer hätte das erwartet er hat auch ein schwert aber er hat mehr leben okay fight fight wow willi willi ist einfach krass wie hat will denn so eine ausschweifenbewegung macht ich konnte nur von oben runter du schlägst einmal schlägst du von oben und einmal von von ausschweifen dann ok also es ist random es wechselt auf jeden fall ich weiß nicht ob es random ist aber ok round starts aber ich bin schon mal zweiter geworden ich bin zufrieden ok ok ich meine du kannst immer noch sagen wenn weihnacht wenn der weihnachtsmann dich fragt warst du auch brav ja ich habe nie jemanden verletzt oder der weihnachtsmann ist tot deswegen prügeln wir uns ja wer der neue weihnachtsmann wird wenn das jetzt kinder gucken ja hier in diesem spiel ist er gestorben in dieser geschichte da hat jemand einen crossbow das bist du hallo da oben lauert jemand achtung jetzt runter los verdammt er springt hoch da kommt noch ein geschenkt los luft kam luft kam irgendwer schießt von unten auf uns jawohl ich habe zwei abgeschlachtet ich glaube nur noch wir beide ich galoppel mit rudolf durch die gegend ich bin mir nicht so wo ist er hin angriff angriff jawoll wie es dann braten gibt wie geil ist das denn es gibt ein weihnachtsbraten du bist jetzt auch der neue weihnachtsmann der alte liegt ja hier oben der ist gecrashed das ist aber ein scheiß spiel ich war so stolz ich bin echt froh dass du das gesehen hast der link zum spiel natürlich in der video beschreiben und es kostenlos es ist aktuell auch nur ein einzelner server auf dem wir uns befinden ich war direkt geschlagen ich bin der titelverteidiger lass mich in ruhe ich habe gerade gehabt wollte töten dann lief das schief bist du noch am leben jogi ja es wird der gleiche haben wie eben kreer nein nein ich bin tot so anders enden kommt noch eine kiste runter jubi mode will ich mit den dicken können habe ich dem grad der mensch gemacht nein du kriegst dauernd feile ab du blut ist oh mein gott der weihnachtsmann nummer zwei wird gleich sterben was war doch mal die taste um von dem ding hier runter zu kommen ich glaube also wenn du anders schießt habe ich einfach nur gespand ohne ende weil ich weiß es echt nicht wo ist er hin er ist oben hat es runter gesnipert also rentier gegen crossbow ist keine gute mischung ja du müsstest halt schon in close combat sein ja selbst dann also ich habe den ja eben überrannt und das hat ihm ja scheinbar gar keinen schaden gemacht du hast vorhin doch gesagt oder macht aber ganz schön der mitsch ist das rentier ja bin ich voll ausgegangen weil ich den einen gesehen haben wir hatten bekommen wir sind auch nur noch zu viert glaube ich schade jetzt habe ich rudolf hast du schaden bekommen gerade ich bin von hinten auf sich drauf also ich glaube dass rudolf macht ich kein damage und ich weiß nicht mehr da runter kommt wenn du steuer und drückst kannst du dir die steuerung mal angucken wenn du escape drückst ich werde gerade verprügelt während dem ich auf dem rudolf bin sterbt wird ein blutiges weihnachten geben und ein fröhliches hohoho auch hier das ist nicht gut wir können freunde werden ja ich glaube ich habe den rudolf ist auch ein sniper ist direkt vor dir er will verprügeln ich finde es ein bisschen schwierig der hat uns einfach beide umgebracht steuerung jump sprint pick up wrap'n drop wrap'n ist er wahrscheinlich kannst du damit er auch das rentier trocken genau und adi ist auch nur abbiegen mit dem rentier mehr kannst du nicht machen gut und nach vorne laufen man am xx the trap man am xx ist der trap ah ja da seine musik hier sein spiel ah jetzt sind wir wieder ein bisschen mehr sehr schön los geht's schnell weg wenn ihr natürlich irgendwelche perlen habt die ihr sagt das müssen wir unbedingt mal in random shit spielen immer her damit es gibt nur eine bedingung das muss eigentlich multiplayer sein also was das eigentlich ist sollte multiplayer sein und am besten natürlich free to play weil ja wir haben nicht das geld um uns alle spiele zu die vorgeschlagen werden eben ich schaue mir erstmal ein bisschen das an da ist ein renntier der falsche richtung ich beobachte mal die szenerie hier wie man einen kursbau hat ab da muss ich aufpassen ah Rudolf kann ja echt fliegen ja natürlich krieren was dachtest du denn boah der Arsch hat mich runter gekippt oh oh man kann von der welt fallen meine Rudolf und ich sind gerade aus der welt geflogen krieren krieren der ist ganz schön hakelig hier ich wusste dass du hoch springen wirst typ wo ist er hin wieso rumfliegen ach ja ich krieg von der musik irgendwie auch nicht genug ja die musik ist geil jawoll und da kommt noch ein geschenk für mich ho 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 als geschenk krieg ich zu weihnachten ein schwert ja das war wieder mal so typisch jawoll hast du eigentlich schon mal gewonnen Jogi ne ich hab noch nicht gewonnen ja ich bin damit beschäftigt von der welt runter zu springen ach hast du keine lust mehr hallo hallo los gehts boah ich hab direkt den schlag in den rücken bekommen den box ich auch ey also der eine ist mit den boxen echt saugut ja ich merk's oh der hat ein schwert ich geh dann mal war schön mit euch der eine versteckt sich hier hinten du hast wieder einen crossbow nein ich hab wieder einen Rudolf nein kriant böser kriant böser kriant oh ich hab dich durchgetötet mit Rudolf damn weißt du da trifft der scheiß Rudolf ein einziges Mal ja er ist droppen wer ist droppen achso er er ist droppen also ich hab dich mit Rudolf getötet ich hab alle meine Ziele erreicht ja jetzt stirbst du ja es ist aber auch schwer also ich glaub du kannst mit dem Fäusten echt sauviel Damage machen ja wenn du halt triffst also ich hab das Gefühl es ist auch nicht so einfach zu ich weiß nicht ob es laggy ist oder ob es einfach nur ist dass es mit dem Treffen manchmal nicht so einfach ist ja vor allem du hast mit dem Säbe ja eine gewicht Cooldown Zeit ja genau mit den Fäusten ja gefühlt nicht ganz so viel auf jeden Fall ja und du hast natürlich mit dem Crossbow auch die Sache dass du halt erst zielen musst ich glaub du kannst sicher aus der Hüfte schießen oder mhm äh oder ich weiß das nicht ich hab's noch nicht getestet wir verstecken uns jetzt hier das ist sicherer als alles andere und der Kräer in der schnappt sich direkt ein Päckchen ja ein Säbel boah der hat ein der hat ein Nilpferd nein ein Rentier kein Nil oh oh Server disconnected ja gut versuchen wir nochmal zu join also hier seht ihr oh Server down schade aber gut ich wünsche euch trotzdem eine frohe Weihnachten wir haben euch ein bisschen Long live Santa gezeigt ich spiele in der Videobeschreibung ich denke es ist auf jeden Fall lustig und ich glaube das sollte man mal in der größeren Gruppe zusammen spielen ja das ist so einfach so ein beat em up gefühlt ja frohe Weihnachten habt eine schöne Zeit genießt das esst viel das ist wichtig ja haut rein bye bye tschööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Bis zum nächsten Mal.